Jetzt zeigen wir mal, was Berlin drauf hat. Wir sind hier am Berlin Mural Festival. Alle werden voll zu tun. Die Hauptpersonen sind heute die Künstlerinnen und Künstler. What's up, my name is Al, I'm from New York. Wir sind von Truff, I'm Stavri, from Athens, Greece. Überall sind die Leute zu gerne. Und natürlich tragen wir auch unseren Teil dazu bei. So many talented people here. Ich freue mich riesig über dieses Fest. Hammer! Das Berlin Mural Fest läuft auf Hochtouren. Überall geht's ab. Es ist ein sehr interessantes Projekt. Und viele coolen Dinge passieren. Und wir sind auf der gleichen Zeit. Als Fotograf kommt man ja auch nicht mehr hinterher. Und das ist genau mein Thema. pitched Besch traumat możli아서owych. entspannte ja boot these staged charts. Und wir können zu sch Very U ceлетen Und wir sind in die Welt. En floren. Was ist das? flaps ist das? Vielen Dank.